Lass uns die Spiele beginnen. Ich schicke dich zurück zu dem Bauchredner, wo du hingehörst. Du musst erst alles kaputt machen, oder? Bane zusammenschlagen, Scarecrow an Croc verfüttern, Harley fertig machen, was übrigens mein Hobby ist. Und alle meine schönen Venom-Pflanzen ruinieren. Es ist vorbei, Joker. Vorbei? Wieso mein Lieber vom wahnbesessener dunkler Ritter? Es hat noch nicht mal angefangen. Ah, dann werden wir sogar ein bisschen größer. Oh shit. Wieso muss ich denn nichts machen, außer dem Ausweichen, oder? Ausweichen. Man, die schmeißen aber alle Leute vor. Guck mal, der da ist auch schon ganz kaputt. Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hahahaha haha oh der ist Ist zum Fallen! Oh Gott, knabbert! Ah, geht doch auch nicht schön! Nein! Großmann! Yes! Kegelrunde! Ja, ja, der hat schon wieder einen sitzen! Yes! Fantastic Job! Und nochmal Lauf! Und der geht nochmal zu Hause! Oh, ja, der sitzt! Die haben wirklich Spaß! Und wieder einen! Ja, renn du da mal gegen die Wand! Oh, das war knapp! Nein! So, dann komm mal her, du da hinten. Ein Talatschis kriegst du ab. Jetzt können wir wieder kämpfen im Kegel. Wie hab ich fast zu lange gewartet? Ach, das ist schön. Und er rennt schon wieder nicht nach zur Seite. Das dritte Mal jetzt. Ach, das ist so bitter. So. Oh. 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 Mist. Schade, den kann ich auch noch benutzen. Ob du doch denn, der dann rumläuft. Okay. Last 4 standing. Okay. Gut gemacht, Batman. Du verdienst einen Preis. Dein alter Freund der Kommission, oh Gott. Also, er sieht ganz schön runtergekommen aus. Den sollten wir auch peppen. Batman! Oha! Raus damit! Oh, jetzt geht's los. Jetzt haben wir gleich viel Spaß, Kinder. Du widersetzt dich der Veränderung. Das ist nicht fair. Komm schon! Gib auf! Willst du mit harten Bandagen campen, Batman? Ja? Deine Sache! Hehehehe! Hehehehe! Kitzel, Kitzel! Hehehehe! Oh, du ruinierst mir meinen großen Abend! Du hast Monate der Planung zunichte gemacht! Ich wollte doch nur deine grimmige Maske runterreißen! Und dich noch einmal die Welt sehen lassen, wie sie ist. Während du blutend in einer Ecke vor dich hinkickerst. Aber sogar das hast du mir bewehrt. Ich habe nichts, wofür ich lebe. Ich bin nicht mehr auf die Ecke vor Winter. Hier ist ein Hoch just. die hausnächer und werdet zeuge der endgültigen zerstörung wir haben den kreis seit seiner aktion durch die hose war aber dämmer wir haben richtig spaß das ist der einzige weg nicht zu schlagen du hast das gegen mittel an dich selbst verschwenden das wird noch viel leichter abbrechen aber du hast mir trotzdem den spaß relativ klar denken das hängt mir die ganze weg dann nehmen wir das schalbad daran ich habe ihn schon für euch weich gekocht durch den ersten konto die gut gott Ach mann... Komm schon! Das wird dich verletzen! Ha ha ha! Feuer! Ich bin schon wieder so um... Ja genau, genau, da muss ich doch schon direkt verletzen. Kann halt nicht verletzen, kann nicht verletzen. Diese 5 Gegner, die machen mich einfach so runter. Hey, ist das Jack Riders Topper, den ich da sehe? Bewohner von Gotham, genießt diesen Abend! Es wird euer letzter sein! Gebt ihnen eine Abreibung von mir, Jungs! Er langweilt mich! Ich glaube, die Runde habe ich gewonnen, oder alter Mann? Das ist so wenig. Kann nichts machen! Nichts! Darf nicht finishen in diesem Spiel! Warum gibt es diesen Move? Ja! Ja! Sieht aus, als würde sie das spielen! Geht auch nicht! Sicherlich! Na! Geh von mir runter! So, und jetzt? Jetzt ist er wieder hier! Dann kann ich gebattern! Wenn ich das hinter mir habe, reiß ich dir deinen verdammten Kopf ab! Der hängt um Boden! Oh mein! Zeig mir deine besten Schläge, Bats! Du verlierst und jeder hilft es dir! Ah, ich hab noch ein HP dazu bekommen! Geil! Geil, ja! Kommt, Jungs! Haut ihm ein paar rein! Ich muss mich an die Stadt wenden! Und er wird nicht im Witzel! Das ist so gut! Typisch! Dein Gesicht wird ganz schön bluten! Zwei davon! Und Trinkrichter? Wie ging die Runde Ihrer Meinung nach aus? Was? Schmecken Sie lauter! Was ist das? Ja, das wird ihn verletzen! Ja, das wird ihn verletzen! Sehr schön! Ecker! Ach, Mann! Wieder aber zu verleiten lassen! Hör's hier durchbohren, bald dein Gesicht! 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 Woh! Gib mir nochmal HP! dafür wirst du sterben noch schönen kinder wieder zurück kommt rein jungs macht ihn für mich fertig kommt noch mal alle her auch 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 Wollen wir die Waffe endlich hier aufnehmen? Die werden auch schon landen. Oh Gott. Du langweilst mich jetzt. Kümmert euch um ihn Jungs. Shit, noch eine Runde. Die haben gebraucht oder was? Ach ja, die geilen Konter. Tappen wieder hier. Der lag schon am Boden, weißt du? Das macht ihm nichts. Jetzt sieht es einfach aus. Ich glaube die Runde habe ich gewonnen, oder alter Mann? Nachtverfahren! Jack Radar, kannst du mich hören? Ich habe eine Nachricht für alle meiner mich bewundernden Fans in Gotham. Batman hat das Gebäude verlassen, schade. Ich weiß, aber keine Sorgen. Lauf mir, dich hole ich als Nächsten. Kommt rein Jungs, ich habe ihn schon für euch weich gekocht. Knapp. Das ist eine Meth. Lass dich nicht an, Idiomen. Ja, ha, ha, ha! Boah. Knapp. Fuck! Wieder mal geht ein Konter nicht. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Ich muss alles nochmal machen. Ist das ein Kotz? Ist das ein Kotz? Ja, das ist ein komplett super geiler Kampf. Total spannend. Och ja. Boah. Das ist so ein Kotz. Ich hatte es. Zwei, drei Gegner. Ach, verzieh dich. Vielleicht verliere ich jetzt mal nicht ganz so viel Leben. Ach. Ach. Ist das Treck meines Koffer, den ich verschehe? Bewohner von Gotham! Na, geh von mir runter! Hm. Für uns mal können wir das auf jeden Fall schneller. Also ich darf nicht so lange brauchen. Ich bin einfach noch mal mehr. Ich weiß ja nicht, was hier so rumgambler soll, ey. Dann kämpfe ich schon nicht gegen Joker, sondern gegen seine komische Typen. Ja, komm, trein, hier. Pass auf deinen Köpfer auf, Bats! Ach, geh doch da raus. Äh, geh nur komm, Bock auf den Ost. Oh, uh, ich war's. Ich glaube, es gibt eine einstimmige Entscheidung, dass ich der Größte bin. Ich bin tot. feels du, ne? Ech? Ja, ha 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 ! Tch, tch. Die Messerhandel, das sei denn. Ja, dann rennt er rein. Super ausgewichen. Oh, und dann stolpert er da rum. Ja, cool, cool. Da liegt einer am Boden. Nein, zu langsam. Oh, ich muss das und dreht er sich nicht um. Wo soll ich denn hinkucken? Wenn ich hier fertig bin, werde ich auf Gotham zumarschieren. Von einer Armee von brutalen Monstern umgeben. Klingt nach Spaß, oder? In wie viele Teile soll ich die schreien? Was machst du da? Ist egal, ob da einer ist, sie denn nicht. Dafür wirst du sterben, Bats! Muss ich sie gar nicht fertig machen. Oh, du kannst mich besitzen. Bring mich nicht zum Lachen. Ich bin gleich wieder zurück, Bats! Dann war es mit den Messertypen. Gebt ihnen eine Abreibung von mir, Jungs! Er langweilt mich! Du wirst bluten, Bats! Komm schon! Ich glaube, es gibt eine einstimmige Entscheidung, dass ich der Größte bin. Wo ist es? Schwach. Schwach und langweilig bist du auch. Das ging nicht? Ging nicht in der Animation? Ja, wenn endlich was Schönes ist. Scheiße! Oh! Oh! Noch mehr Helikopter! Haha! Wie auflegen! Das hält mich nicht auf! Fack! Kommt, Jungs. Haut ihm einfach rein! Ich muss mich an die Stadt wenden. Oh mann. Wie ist das so? Ich bin noch etwas da drüber. Und dann nacken wir den Kopf aus. Ja. Pritzeljoker. Ich kann es vertragen. Ich kann alles einstecken was du austeilst. Bats, du kannst mich nicht besiegen. Ich werde gewinnen. Bereit zur nächsten Runde? Immer. Was? Ich werde dich niemals gewinnen lassen. Niemals. Verrückter Typ. Bisschen Explosivgel auf die Hand. Und wahr. Gott sei Dank. Ich war so besorgt. Mir gehts gut Barbara. Das GCPD kontrolliert endlich die Anstalt. Hm. Heisse Schaft. Aber so wie es aussieht dauert das. Alle Superverbrecher sind wieder in Haft. Ach da drin herrscht ein ganz schönes Chaos. Und die durch das Venom veränderten Insassen werden wieder normal. Obwohl für manche der Prozess schmerzhaft wird. Und Gerd? Wie gehts dir? Ja. Ich überlebe es. Wir sehen uns heute nacht Barbara. Blöde Sache das mit deinem Auto. Kann ich dich mitnehmen? Danke Jim. Ich komme alleine klar. Ruhe dich aus. Du verdienst es. Ja, harte Nacht an Augenladen. Ja, zwei Polizisten ausgeschlossen. Ihr vernünftige Flüchtlinge und Polizei. Ja, gibt es die Verksteine. Der Vogt von Rochstein Studios. Wie ist die Titel? Batman. Wer hat escentric. Von Bob Kane. Ah. jetzt der gleiter richter gotham city eine kiste titan lieben auch glückwunsch dass ihr batten bett sind für die hauswohnung von uns freigeschaltet so das war batman akam asylum würde ich sagen den rest hier den brauche ich nicht unbedingt die story so sehr schön dann bis zum nächsten mal tschüss